Hallo, hier ist wieder Markus von Twicket und ihr seht eine neue Spielerei mit Twix und Geokoordinaten. Und zwar zeigen wir heute mal eure Erklärung in Google Earth an. Das geht ganz einfach. Ihr geht bei unserem Blogartikel auf diesen fetten Link hier. Das öffnet eine KML-Datei, das sind Informationen für Google Earth. Und ihr werdet zunächst gefragt, womit ihr das eigentlich öffnen wollt. Wenn wir da Google Earth auswählen und OK klicken, öffnet sich jetzt im nächsten Schritt auch schon das Programm. Und ihr seht die Weltkugel, die haben wir angeflogen. Und jetzt dauert es ein ganz kleines bisschen, je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung, bis die Twix erscheinen. So, da haben wir sie. Wir können auch hier mal ranzoomen. Wir können uns hier über die ganze Welt bewegen und sehen überall, da wo so ein kleiner Twicketmarker ist, wurde etwas erklärt. So, wir zoomen einfach mal rein. So, und wenn ihr das anklickt, erkennt ihr auch direkt schon hier die Erklärung. Gehen wir mal nach unserer Hauptstadt, nach Berlin. So, da sind wir schon ein paar. Wenn wir da mal reinzoomen. Gehen wir zum Nahbrandenburger Tor vielleicht am besten. Das müsste hier sein. So. Und das ist das Schöne. Berlin ist halt schon sehr viel in 3D vertreten. So, wir sehen hier die Stadt und die Erklärung zum Brandenburger Tor. Zum Beispiel, man kann sich das auch angucken, das Reichstagsgebäude. Jetzt hat da, was haben wir noch? Taj Mahal mal ganz woanders hin. Ab nach Indien. Da haben wir es. Wir sehen hier das Taj Mahal-Gebäude. Und erklärt von User Captain. Also, probiert es einfach mal aus. Für den Fall, dass ihr die KML-Datei nicht direkt öffnen könnt, könnt ihr hier oben auf hinzufügen, in Netzwerk-Link gehen. Gebt ihm einfach einen Namen. Packt den Link hier rein, drückt auf OK und seht genau dasselbe. Alles klar? Dann viel Spaß damit. Tschüss.